Thalia ein ins Spiel. Die ist alleine. Der ist alleine. Oh shit. Oh der Stun, Leute. Schönes Ding. Hallo. Hallo. Also, ehrlich gesagt, ich glaube, Botlane Pearl wird schwierig. Meinst du? Aber ist close. Naja, wenn Tristana einfach Bombe-Skillt. Ah, ich kriege mit der Prior. Ja, ihr dürft halt, I guess, nicht in Tristana-Jump-Range stehen, ne? Vandal macht einmal Pillar drunter, Tristana jumpt drauf und du musst halt fließen. Ja, ja, ich steh eh hin, ich bin raus. Was machen wir jetzt Early, Leute? Die werden doch bestimmt ziemlich krass Phil auf den Sack gehen wollen. Ja, ich farm einfach, ne? Passt schon. Passt schon. Passt schon. Lass mich doch mal machen, du. Also, die haben Pre-Sticks, wenn man keinen Engage auf will. Also, die ist Pre-Sticks auch viel, viel stärker als Ari. Ja. Vanekken könnte auch reinmogen, I guess. Also, die Thalia ist halt kleiner Frechdachs, ne? Die macht komische Sachen. Ja, aber im 1v1 bin ich stärker als die, wenn ich Qs treffe. Okay. Dann, let's go, Leute. Dann dürfen wir auch nie in irgendeine Q-Range gehen, sonst können wir uns bloß runter ran. Wir können ja auch Early in deren Bot-Side gehen, wenn ihr Prior kriegt, ne? Ich hau jetzt hier raus. Gucken wir mal, wie's Matchup läuft. Ja, wir kriegen hier tatsächlich Pryo, ja. Easy peasy. Also, Thalia Top-Side-Start wieder, ne? Wahrscheinlich. Ja, wir haben Ward of the Reptorn. Ja, da ist er. Ja, ist dran. Wir junglen nach unten. Ja. Also, die Frage ist, müssen wir so'n Invade flippen? Wir haben mal Mitte-Pryo und Bot-Lane-Pryo. Das sieht schon einfach nach nem guten Invade aus. Aber ich mach erstmal Full-Clear und dann gucken wir halt, was übrig bleibt, so. Also, Thalia können halt ein Camp skippen und mit Tunnelpillar hier für'n Bot-Play gucken. Kann schon mal Warden gehen. Ja, da musst du aufpassen, ja. Die ist am Grump, der covert das, der Turnit. Wenn sie am Grump, also dann haben die auf jeden Fall... Ja, dann können wir gleich den Blue-Buff invaden. So. Also, ich bin mir nicht sicher, aber sie hat so gehovert. Ich nehm alles da, was die Grump macht. Also, ich komm hier jetzt reingelaufen in den Enemy-Jungle. Ja, ja, wir nehmen noch die Level 3. Ja. Pillar ist raus, Pillar ist raus, sie hat lange Bühne. Ja, ja. Mugen jetzt rein. Okay, sie hat Wisch. Ist gone, ne? Ist gone, ja. Ich hab Journey, wir könnten hier... Ja, ja, ja. Einfach rauf, einfach rauf, einfach rauf. Nice. Flash-Birdle. Das ist huge. Hier für die Krabbe. Thalia nimmt Top-Side-Crab. Ich hab Dirk hier auf Base. Ich würd hier basen und TP'n. Wir brauchen keine Pillar, wir sind super strong, Leute. Aliyah ist Top-Side, oder? Ja, Thalia ist Top-Side. Ja, noch eine Rave Stain. Wäre gut für mich, wenn wir noch eine bleiben, tatsächlich. Da hab ich ein Support-Item. Wie viele brauchst du? Wie viele Minis? Gar keins. Einfach nur die Zeit. Ja, der ist noch nicht 6. Ari, muss ich zum Bot? Boah, das ist sehr... Ich komm hier nicht rein. Das quitsch. Was war das denn, Alter? Ja, ich starte ins Void-Drafts, Thalias-Bot-Side. Ich guck, ob ich vielleicht noch kommen kann hinter die. Thalia-Bot-Side, keep their mind. Thalia-Bot-Side. Thalia-Bot-Side, oder? 2 Sekunden Q. Ja, lass doch mal Bot-Side move'n, Pius hier. Das war ja cringe, Alter. Scheiße. Neem Recall jetzt, Bot-Lane. Bot-Lane hat keine Flashes. Hat Thrasana denn geflasht? Ich glaub nicht, oder? Oh, doch, oder? Ich glaub, sie hat immer gejammt. Ich glaub, sie ist mit meinen Auto-Attack geflasht, actually. Okay, ich bin jetzt hier Bot-Side am Start und ready für Plays. Von 0 auf 8,20 sein Flash wieder. Wir haben Slow-Push-Bot. Die sollten aber hier keinen haben. Nee, ist Thrasana. Oh. Hier. Okay, look, look, look. Wir spielen den Fight. Wir spielen den Fight. Hast du Six auf den Ward? Hast du Six auf den Ward? Nee, nee. Jetzt hab ich Six. No Flash-Tunnel. Ich holt rein. Egal, Egal. Let's go. Nice. Nice. Good job. Können wir den durchziehen hier? Ich flash mit dem Wurst hier. Haltet euch hier für die Jolly, bitte. Geil. Nice. Dick, Dick. Mein Lieblings-Tunnel. Huge, Leute. Talia auch noch Flash war das. Das ist wirklich alles sehr, sehr insane gerade. Also wenn wir nicht trollen, dann wir haben Big Lead. Zwei Minuten Void-Grups. Das ist das nächste Objective on Cooldown. Ich bin jetzt auch online. Ich hab meine Roots und jetzt geht's ab. Für die zweiten Void-Grups wird Rank maximal stark sein, ne? Also sobald die irgendwie contesten, müssen wir Instant aufgeben. Wir sollten schon auch... Wie lang ist das, die nicht hier diven? Okay, sind zu fein. Also die Dives mit Funnel-Tressant sind so stark. So müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt Vision auf mir gehabt. Die wissen, dass ich hier bin. Ich clear mich einmal komplett runter, resette und dann ist Void-Grups dran. Du solltest wie Call of Vision? Komm mal hoch. Nimm mal permanent. Nadia ist auch hier topside. Ihr könnt da eh nix machen, glaube ich. Ja, ich hab da nichts zu tun. Vielleicht mal gucken. Ja, Void-Wave steht schon sehr mager. Ich komm runter. Void-Grups eine Minute. Das ist das Play für uns. Aber Arne hat schon recht. Also wir müssen das nicht hartforcen, aber wir wollen auf jeden Fall dafür spielen trotzdem. Er hat hier nie upstabt, wenn ich Funnel nicht sehe. Ja, ich bin gleich da. Dann können wir. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen. Er ist, glaube ich, immer noch hier drin, ehrlich gesagt. Oder vielleicht hat sie auch alleine getrapped. Weiß ich nicht. Guck mal so. Zack. Ich komm runter. Ich komm runter. Tristana hat jetzt grad keinen Jump, ne? Ja. Spielt das. Und er hat auch Flash. Und er hat auch Flash. Nimm Trudel. Nimm Trudel. Ja, ja, ja. Und er kommt geulted? Ja, es ist free. Aber ich kann jetzt auch runtermoten, wenn ihr da irgendwie rauskommt. Ich hab nix. Ich hab gar nix. Ne, ne. Ich komm raus. Also ich laufe auf jeden Fall auf Space Topside. Ich hab Ulda. Aber ich soll auf jeden Fall Void-Grups jetzt zocken. Okay. Können wir Varus actually einfach move'n aus Space hierher? Oh, da verdiene ich drei Plates Bot. Ah, die moved hier. Die hat noch keine Wischen noch mehr. Ich umgele es durch. Ich umgele es durch. Das ist einfach die scheiß Grubs kacken, oder? Ja, bitte. Wir haben schon vier. Ist doch gut. Wir haben vier und... Oh mein Gott. Ich hab jetzt auch gleich Six. Da können wir für Sachen... Wir können einfach den Trudel jedes Mal ulten. Der ist tot, ne? Ich hab jetzt Six, Phil. Wenn du unten irgendwie hovern kannst, den Trudel. Ja. Ich hab jetzt Six, Phil. Wenn du unten irgendwie hovern kannst den Trudel. Stopp. Ich bin da. Ich hab Ult up, ne? Ah, hier ist Gigaschlem. Ah, ist tot, ist tot. Nice. Wir haben zehn Sekunden Drake, ne? Ganz turreted. Ich geb den Backup. Ah, ich gebe jetzt. Trudel Talia da oben. Hier ist hier Journey. Einfach Journey. Ja. Nice. Ist das geil. Einfach raus, ne? Einfach raus. Das ist ein langer Weg, ja. Den Trudel ist Butter, ne? Den können wir komplett wegmelden. Der hat doch keinen Flash. Ich bin fast zwei Level über ihm. Den kleinen Shunk gedrückt. Taliya ultet hier Butter. Dragon hat Pryo, der kommt mit. Wir haben Harin 50. Wir können hier ein Aske, oder? Ja, ja. Arie kein Ult, Arie kein Ult. Arie kein Ult. Arie kein Ult. Trudel no Flash. Ja, lass hier mal Ult. Da mal was. Der nimmt den Trudel. Vorne ran. Ne. Das sind keine Stunts. Trudel Giga low. Ich nehm schnell den Reset, dann komm ich zum Harald, oder? Wissen wir wo Thalias? Ne, könnte jetzt unten sein, gerade. Jetzt können die... Ja, ja. Die machen keinen Play auf Arie. Das heißt, die sind Bordzeitkern. Ich recall jetzt, Sola. Ah, Thalia kann nicht joinen, ne? Thalia kann nicht joinen. Thalia kann nicht joinen. No Flash. Hier, Ari. Ari, Ari, Ari. Ari ist huge, Ari ist huge. Ich hab Ult auf Ari, die ist tot. Geht kein Flash, hier kein Flash. Last, Ari. Die ist dead. Spiel den Fight hier. Hier, Thalia no Flash. Ja, ja. Kann mit dir hier rüber gehen. Ich hab gleich Journey. Ich geh dafür, ich geh dafür. Eine Sekunde Journey. Ja, hier, 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 hier noch. Er hat keinen Flash. Wundle hier noch Stunt. Block, ich block, ich block. Kein Flash, Thalia. No Flash Tundle. Nehmen wir den? Thalia 1HV, die ist alleine. Der ist alleine. Der ist alleine. Oh, der ist Stunt, Leute. Schönes Ding. Okay, das war Flash, Thalia auf jeden Fall. Zwei Minuten, Drake ist nächstes Objective. Ja, da, da haben wir eine Ult reinwerfen. Ist schon ein bisschen Fake Contest, weil sonst krieg ich hier nichts. Chat, ihr seht heute unfassbar. Wir sind so geil, Alter. What the f***. Ja, da, guck mal. Ari, weiter, weiter, weiter. Er war meint. Wir haben Tower, wir kriegen Tower, ja? Aris, ja. Vielleicht machen wir Stun in zwei, aber ich muss noch warten. Schön, nimm den, nimm den. Ja. Warten noch mit Stun. Kommt jetzt. Aris, ja. Ist das geil. Ja. Look, Ari. Ich hab Ult für sie. Oh, Racken. Ich hab Ult für sie. Links raus, links raus, links raus, links raus. Let's go. Racken ist immer noch irgendwo. Ja, der ist hier, komm. Der hat Ult an, der hat Ult an. Der hat Ult an. Kein Flash. Wir spielen dafür. Ich halte den Stun, ich halte den Stun. Der muss dodgen, der muss dodgen. Wer ne meint. Ey, wir sind so gut. Wir sind ja so geil. Wir sind so gut. Die B4 Warriors, Leute. Der Reset. Der Reset. Der Reset. Und jetzt nicht irgendwie dumpf rollen, einfach mitnehmen den Sieg. Die werden den Hardforcen wollen. Ja, ich werd den... Oh, ich kann den Base. Oh, der Keen. So. Ja. Nice. Ich werd mal top lane weiter gehen, oder nicht? Ja, ja, macht weiter. Die müssen abbrechen. Die sind alle poked, die müssen alle weg. Die sind ultra low. Guys, Nash. Go Nash. Go Nash. Ich hab Ult für die. Ich cancel Bags. Ich komm mit auf Talia. Ja. Einfach rüber gehen. Go chat. Wir machen weiter, Talia dead. Finish Nash. Finish, finish, finish. Nice. Top lane wave? Direkt mitnehmen? Ja, Chase die, glaub ich, nicht so hart ist. Mitte Tower einfach, oder? Mitte Tower. Ja, ja. Nee, Arne hat kein Ultimates. Zwei Leute. Nee, der hat grad noch weggeholtet. Wir sollten nach dem Turut, glaub ich, resetten. Ja, 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 ja. Also ich sag mal, das Einzige, was die jetzt noch haben, ist wirklich overloaden. Ja, ja, ja. Mit Talia ult, Ari ult irgendwo in den Gage finden. Oh, hier war ich geil. Hier, Talia. Ja. Haben wir bei Ulti? Ne. Ich hab' ich denn die bekommen. Nice. Bot wave? Komm mit. Oh. Hä? Was machen wir mit denen, Alter? Das ist top gehen, oder? Oh nein. Komm zu dir? Ja, actually hab' ich den. Nice. Oder du? Ich hab' jetzt das noch gegönnt. Danke, Fios. Ja, sehr gerne. Dann können wir vielleicht sogar weitermachen, oder? Ja, ja, mach weiter. Mach weiter. Auf jeden Fall. Renek hat keine Ult. Renek hat keine Ult. Ich glaub' ihr... Ja, macht einfach weiter... Ich ult den Renek dann mehr. Komm, hier ult. Pump. Nein! Schön. Ich hab' Ult ins 10. Kann ich noch einmal ulten? Wartet, 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 wartet. Nein. Du wirst niemanden erleben zu ulten kannst. Lass ihn am Leben! Nein! Spitzenreiter, Spitzenreiter, ey. Hey, hey, hey. Let's go. Was war das für Game, Alter, ey? Ja, das ist mein letztes Mal das Bart offen bleibt, glaub' ich. Das war wirklich wild. Ich wär' so unzufrieden mit Bart und dann picken die Trundle und der ist okay. Ja, war ne leckere Suppe, war ne leckere Suppe.